Hallo Leute, hier ist wieder Andy vom EKW-Blog. Heute soll es nochmal um Freenet Funk gehen, da ist mir nämlich noch eine Unregelmäßigkeit aufgefallen. Ich hatte ja schon mal hier berichtet, dass nicht immer Geld abgebucht wird, das heißt ich buche den Tarif ab und zu und oftmals war es so, dass am ersten Tag, ja, hat Freenet einfach kein Geld abgebucht. Die buchen ja über Paypal ab und da kam dann keine E-Mail, keine Abbuchung. Erst am nächsten Tag, da war es dann relativ zuverlässig, da kam dann die Abbuchung. Meistens ist es aber so, ich buche das halt für einen Tag, wenn ich jetzt wirklich mal unterwegs bin und ein bisschen mehr Traffic brauche, dann buche ich das. Okay, und dann konnte ich es halt oftmals sehr umsonst nutzen. Das ist für mich natürlich schön, aber auf der anderen Seite habe ich auch schon mal gesagt, wenn ich da Leistung in Anspruch nehme und das ist eigentlich ein ganz guter Tarif, dann will ich dafür auch zahlen einfach. Das soll sich ja für den Anbieter auch so ein bisschen lohnen, sodass er den Tarif da längerfristig anbieten kann. Was ich jetzt noch festgestellt habe ist, eben zwar, ich buche immer diesen 1 GB Tarif. Das heißt, pro Tag hat man dann 1 GB und das habe ich dann immer so gebucht, hat auch immer ausgereicht, beziehungsweise ist mir dann aufgefallen, dass diese Volumenanzeige in der App, ich blende das auch mal nebenzu hier so ein bisschen ein, sich nicht verändert hat. Da hat man ja diese Anzeige von 0 bis 100 Prozent und die hat sich bei mir nie verändert. Das heißt, egal was ich gemacht habe, egal wie viel ich runtergeladen habe, wie viel ich Radio gestreamt habe, hat sich nicht verändert. Und habe mich da auch nicht weiter drum gekümmert. Dachte mir, na gut, da werden halt wahrscheinlich so ein bisschen eine zeitliche Verzögerung drin haben. Kenne ich so von Kongster. Da gucke ich das Volumen an und ja, das dauert dann so von ein paar Minuten bis teilweise ein paar Stunden, bis das dann aktualisiert wird. Aber ich habe dann mal so ein bisschen rumprobiert und mal geschaut, wie viel kann ich denn da runterladen. Ich habe mich dann auf die Volumenanzeige in meinem Mini-Router, habe ich mich verlassen, wie viel, also da gibt es eine Anzeige da drin und dann habe ich einfach mal gesurft, gestreamt, ein paar YouTube-Videos und dann auch meine Linux-Distribution in der virtuellen Maschine geupdatet, um über diese 1 GB mal drüber zu kommen. Ich habe dann schon mal nachgeschaut, so bei 600 MB, keine Veränderung, Volumenanzeige in der App immer noch auf 100%. Irgendwann bin ich dann über die 1 GB drüber gekommen und normalerweise ist es so, bei anderen Anbietern, ja, man kommt da drüber und dann hat man eine SMS quasi im Posteingang, die sagt, okay, du hast dein Datenvolumen verbraucht. Das war es für diesen Monat, in dem Fall für diesen Tag kam aber nichts. Das heißt, das lief ganz normal weiter. Ich habe dann noch weiter gesurft, habe dann auch nochmal so einen kleinen Speedtest gemacht, bin dann auf 800 KB pro Sekunde gekommen. Also das ist nichts gedrosselt. Das war sogar ein sehr guter Wert für das O2-Netz und 3G. Ja, habe dann auch wieder eine App nachgeschaut, immer noch 100%. Heute weiter gesurft etc. Habe es dann irgendwann mal sein gelassen und dann abends nochmal nachgeschaut, abends nochmal probiert und wieder Volumenanzeige immer noch auf 100%. Keine Veränderung, konnte surfen, lief alles ohne Probleme. Ja, was ist da los? Das ist die Frage und meine Vermutung ist einfach, dass auch hier Friene das noch nicht so gut hinkriegt. Zumindest bei mir, weil ich würde mich auch mal interessieren, ob jemand anders auch noch diese Erfahrung gemacht hat oder ob es bei anderen Leuten funktioniert. Für mich stellt es sich so dar, als ob dieser Tarif im Prinzip unlimitiert ist. Ja, dass ich dieses 1 GB habe und da wesentlich drüber gehen kann. Ich habe es jetzt nicht auf Teufel komm raus ausprobiert und geguckt, ob ich da 10 GB oder so runterladen kann. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber es scheint so zu sein, als ob da wirklich kein Volumen derzeit wirklich im Prinzip angerechnet wird. Und ja, so könnte man dann hergehen und sage ich mal diese 30 Cent gegenüber diesem Unlimited Tarif dann da im Prinzip sparen. Ich denke, das gehört auch noch so in die Kategorie Anfangsprobleme, die sie da so haben. Das geht ja über Tunnels, also von Telefonica, dass die da einfach die Abrechnungsinformationen vielleicht nicht ganz so zeitnah bekommen. Genauso wie mit, wenn ich den buche und dann buchen sie das Geld nicht ab, dass das noch gar nicht so gut funktioniert. Weil die ganzen Tarife, die sind ja so auf monatliche Basis halt ausgelegt. Ja, und daran wird es wahrscheinlich irgendwo liegen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft so entwickelt. Mich würde auch wirklich interessieren, wenn jemand anders auch diese Erfahrung gemacht hat, weil ansonsten könnte man ja wirklich sagen, ich buche einfach den 1 GB Tarif, spare mir unglaubliche 30 Cent am Tag und kann das dann trotzdem unlimitiert nutzen. In diesem Sinne, das war es, euer Indy vom eKW-Blog.